herzlich willkommen liebe zuschauer bei episode 55 von anthem haha wir spielen red hört sich an wie ein aktiver vulkan ja Das war's. Das war's. Das könnte hier so ein Overlook eigentlich sein. Na ja. Wenn nicht hier dann vielleicht da drüben. Hier ist auch nichts. Da unten ist ein Fragezeichen. Das war's. 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 Was ist das? 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 Ich liebe dich! Was ist das? 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 War ich hier unten schon mal? Bin mir nicht sicher. Was ist das? Hier werde ich schon mal gewesen sein. Warte, der ist einfach verschwunden. Das ist das. Ah, die kämpfen jetzt untereinander. Ah, die kämpfen jetzt. 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 Ah, die kämpfen. Ah, die kämpfen jetzt. Ah, die kämpfen jetzt. Okay. Okay. Hm, endlich habe ich mal bessere. Boah, das kann man alles nicht gebrauchen hier. Das ist Ranger, Ranger, Universal, Universal. Aber die anderen sind. Ich muss gleich mal schauen, wie viele Ember... Epic Ember, Epic Embers ich habe, ob ich da schon die nächste, den nächsten Gegenstand herstellen kann. Okay. Okay, der hat Level... Nee. Ah, der kann definitiv ein paar neue Components gebrauchen. Okay. 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 ... Das war's für heute. Ich habe 224 ankommen. Ich habe nur 26 Epic. Wieso habe ich so wenig davon? Das war's für heute. Dex, wolltest du nicht mit mir reden? Wo ist Dex? Ah, hier vorne. Bei Prison. Ist sie etwa im Gefängnis? Ach ne, sie ist nicht im Gefängnis. Sie ist bei Vuhl. Ja, klar. Das war's für heute. Jetzt, was kann ich für dich tun? Das wird wunderschön, aber wie fühlst du über Straubereien? Ein Prank, natürlich. Hier dachte ich, dass du endlich aufgewachsen hast. Es ist kein Prank. Ich versuche. Hör sie an. Es ist ein Punkt zu diesem, Commander. Just answer the question. Ich nehme nicht orders von dir. Du bist allergisch an sie, nicht wahr? Strawberries, ich meine. Wie hast du das? Du erinnerst, meine Mutter, Kardia Del? Natürlich erinnerst du. Du hast die Zentrener-Ressourcen benutzt, ohne die Möglichkeit zu finden. Sie hat einen schweren Moment, nach ihrer Erfahrung in der Emerald Abyss. Sie hat Erinnerungen von Dinge, die es vielleicht haben oder es könnte sein. Einige von diesen Erinnerungen betrifft dich. Wir haben sie nie getroffen. Aber sie denkt, du hast es. Ich dachte, ich hoffe, du könntest mit ihr sprechen. Antwort ihr Fragen, zeig ihr, was real ist. Ja, links. Ja, links. Das wollte sie doch sowieso. Warum macht sie sich da jetzt irgendwie deswegen nochmal in die Hose? Gut, Cassian hat noch was zu sagen. Oh Mann, das erinnert mich an ein anderes Bioware-Game. Dragon Age, der Heist ist, thank the Maker. Thank the Shaper. Well, look who's come to play. You up for a game? Hmm, you are. You know I am. Ja, ich weiß nicht, ob das hier ein Muster ist, ob er mir immer nur Scheiße erzählt, oder? Ich schätze mal, der Shaper erzählt mir Scheiße, ja. Das ist Chaos, wenn ich es ever heard. Ten Hours ist impossible. Shows what you know. It's true. And legendary. Not as legendary as that time I escaped three Earth-Six rampaging through a canyon. All of heroes right there. Ach Gott, nochmal. Ach, das ist so eine richtig Böse. Das ist, das ist ein Low-Blow, ja. Wenn er mir hier, wenn er, wenn ich ihm das jetzt nicht glaube, wenn er das gemacht hat, dann hält er mich für ein Arschloch. Deswegen, egal. Warum... Ich will das nicht für dich entscheiden, du Dummkopf. Bleib halt hier, mir doch egal. Ja, wir können natürlich versuchen, in Touch zu bleiben. Nettes Gespräch mal wieder. Der ist ganz nice, der Typ. Ah, was geht's mit dir hier? Hey, Jöras. Ja, wir chatten. Mit Sicherheit. Oh, wir haben nochmal was zu sagen. Marl. Den kenne ich nicht. Wie geht's mit dir? Ich bin mit Fabrik. Wer nicht? Ich versuche dich, Freelancer. Ah, to what? To open your eyes to beauty. Is this a sales pitch? Does this end with you trying to sell me something? I'm not a salesperson, if that is what you're asking. I'm a clothier and a lover of fashion. That's nice. Yes, but you have never entered my shop. No need to apologize. You're no different from other persons in this fort. Tell me, how many outfits do you own? Ah, don't answer. I will tell you. Two. One you're wearing, the other is dirty. How do you know that? Because it is truth. People are giving up. On what? Fashion freelancer. Fashion. Our land is full with cataclysms, war and death. But that does not mean we should lose our sense of whimsy. Now, more than ever, my belief is, Fort Tarsis needs fashion. Soll der extra diesen deutschen Akzent haben? Oder höre ich das nur so falsch raus? Just... Don't you think the fort should be focusing on more serious issues? You disappoint me. Sorry, I just think stuff like fashion is... Stupid? Is that what you were going to say? Fashion is beauty and beauty is life. And is it really living, if you have life without style? But your answer is not surprising. After all... I have no reason why you are going to color. Because you are going to colors. Brown. And browner. You don't need to be assaulting. You are correct. I should not judge. Please, take my apology. However, I must thank you for making me boil. Why? Before you filled me with rage, I was on the edge of despair. Yeah, but now you have relit my fire once again. When I came here, I vowed to keep fashion relevant in Fort Tarsis. And that is what I am now about to do. How are you going to do that? You will see. But at this moment, even I myself don't know. I am so filled with artistical inspiration. I must now away to my shop. Yeah, then go in your shop. Let's see what I will do with him. I will talk about him. I have him just because, because he is on the nerves, just said, that it is not important. I have not really thought about it, if it is going to affect me, if it is actually going to affect me. I will see you again, if it is going to affect me, if it is going to affect me. Loyalty is. 2558. Epic, iconic component. What do you need to do now? A freelancer has to look good. 14.000 for a rare helmet. How does that look? How does that look? How does that look? And seven. How does Mass Effect? Oh, that is cool. Huh? Have a look. How does that look? How does this look? How does that look? How does that look? Or what? Go ahead of me. I feel too. Wir kommen. Was steht an? Was steht an? Okay. Die haben alle ziemlich... Sie sagen alle nichts, ne? Ja, okay. Machen wir als nächstes Freelancer-Work. Gut. Alles klar. Wir machen hier wieder Pause. Wie immer. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.